Also nochmal ein Follower lassen, Like und Streamen lassen, Edi Gander macht es mit seinem rechten Eye auf. Rechtes Eye Pack, rechten Klöten Pack, warte. Ich muss erstmal kramen. Erstmal alle Haare zur Seite machen. Yes, yes. Und rechtes Klöten Pack, open. Yes. Press X. Press X. Yes. Oh, hab ich geskippt? Nein. Ey, das wäre so lost gewesen. Ich habe zweimal ausprobiert und auf X gedrückt. So. Mein Lüge. Warum bist du denn da? Kevin, ihr Freunde, 99er. Seid noch einer, Digga. Mein rechtes Eye. Haltet noch einer mein rechtes Eye, ihr Knechte. Hier, EA-Supporter seit Tag 1. Jemand soll noch einmal mein rechtes Eye halten. Ich habe es euch gesagt, Digga. Das liefert immer ab. 3, 2, 1, let's go. Come on. Come on. Shigi, du bist schuld. Noch ein Toti. 3 Toti's hintereinander. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich ziehe Cristiano Ronaldo Toti. Ich ziehe Cristiano Ronaldo Toti, Leute. Ich ziehe Cristiano Ronaldo Toti. Holy shit. Holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Toti, bitte nicht Brasilien. Bitte nicht Brasilien. Bitte Gönn van Dijk. Jawohl. Es geht doch. Es geht doch. Wir haben ein 99er Rating, Freunde. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Toti, nicht Messi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mir geht das Bank jetzt erst auf, Alter. Oh mein Gott. Messi in the house. Agugou. Ottobio Zigo ist am Start. Er zerstört einfach die Welt. Kein Verteidiger. Maradona. Maradona. Woohoo. Das ist unglaublich. Es ist Maradona. Oh mein Gott. Toti. Toti. Mbappe Toti. Mbappe Toti. Oh mein Gott. 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 Was ist das? Es ist für Birthday. Das ist für Birthday. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Junge. Mbappe, Junge. Was geht ab, Jungs? Was geht ab, Mann? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sind das für Packs? Eigentlich Packs halt. Warte. Was ist das für eine Frage? Gute Packs. Kennst du doch Packlack von mir. So, Messi. Schaut auch nochmal vorbei. Gar kein Problem. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit den guten Eiten, Messi, oder? Ja, schön, dass wir den mittlerweile im Juli dann auch mal ziehen, wo wir den halt einfach nicht mehr brauchen. Oh. Oh, Totti. Oh mein Gott. Ist das eine Leihkarte? Ist das dieses Leihpack? Ne, oder? Hä? Was? Es ist nicht das... Hä? Hä? 3-2-1-Groben, Mann. Okay? Ich hab geöffnet. Alter, der kam sonst. 3-2-1. 3-2-1-Groben. 3-2-1. Messi, 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 Messi. 1-2-1. Messi, Messi, Messi. Oh mein Gott. Messi, Tanz. Ja. Ja. Offensiv. Ja. Das ist Ronaldo. Ronaldo. Nein. Das ist Pili Moments, Mann. 6 Millionen Pili Moments, Lakumat. Jetzt kommt bitte. Gun, 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 Ronaido, Gun, Ronaido, Gun, Ronaido, Gun, Ronaido. Nein. Aber es ist okay. Es ist okay. Aber wir wollen R9. Den absoluten Motherfucker. Den Oberficker. Aber es ist okay. Und dann, Freunde. Jordan angepisst. Bisschen von hinten. Er muss ja hier. Boyata, you must be gone. Warte mal. Was ist hier los? Dicker, ein Torti. Was? Man kann doch Tortis ziehen. Man kann Tortis ziehen. Hä? Was ist das denn mit zweiter Torti? Dicker, ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Ich bin der Allerechte. Ich bin der Allerechte. Oh mein Gott, Dicker. Das ist ein Torti. Halt's mal. Halt's mal. Halt's mal. Halt's mal. Oh mein Gott. Torti. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Nein. Hast du eine Leitung? Hast du 100k? Was? Messi, Totti und Ben Yerda. Was ist das für ein Pullman? Willst du mich verarschen? Ich freu mich grad schon was. Alter, komm schon. Was? No fucking way. Hey. Was? 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 Ich lauf zurück. Auf einmal läuft der Messi raus. Halt's maul, Alter. Was? Ja, ja. Ja? Nee, ich hab jetzt nicht. Totti, Totti, Ronaldo. 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 Oh mein Gott, Dicker. Ronaldo. 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 Ich hab Ronaldo Totti gezogen. Ich hab Ronaldo Totti gezogen. Ich hab Ronaldo Totti gezogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mittelfeld auch nicht. Jetzt bitte sturm, Dicker. Stell mal vor. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Jungs, N9. Oh mein Gott. N9. Ich darf nicht laut sein. Ich darf nicht laut sein. Oh mein Gott, N9. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jungs, N9. Oh mein Gott. Totti. Totti. Gun, Gun, Gun. Dick, Gun, Dick, Gun. Dick, Gun, Dick, Niederlande. Gun, Gun, Gun. Von Dijk. Ich mein immerhin Totti. Scheiße. Scheiße. Ah. Gun, noch was dahinter, bitte. Und was? Umleck mich am Arsch. Was ist mit ihm los? Was ist denn das? Und Portugal. Eusebius. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eusebius, Digga. Argentinien? ZOM, nein. Bitte nicht. Das Maradona. Das Maradona 99. Maradona 99. Oh mein Gott. Als wenn. Der 99er Maradona. Ist es ein Totti? Totti. Cristiano Ronaldo Totti. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Ne, das ist wirklich cool. Cristiano Ronaldo Totti ist wirklich cool. Ich kann gerade meine Emotionen nicht so doll zeigen, weil ich weiß, in zwei Wochen spielt es kein Mensch mehr. Aber du kannst in deinem Lebenslauf, wenn du dich irgendwo bewirbst, kannst du reinschreiben, hör mal, ich habe Cristiano Ronaldo Totti gezogen. Digga, sowas ist nämlich geisteskrank. Sowas können nicht so viele sagen, aber durch dieses 89 Plus Pack ist das so krass op. Jungs, jeder, dass ihr aufmachen will? Uh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir machen mal so, wir machen mal so. Ich mache jetzt mal den Bildschirm aus und dann haben wir, glaube ich, schon einen Spieler. Ich gucke jetzt mal. Kurzen Moment. Dann haben wir schon mal einen Spieler und danach gehen wir mit L2. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der erste Spieler, das ist ein R3-Pick. Lewandowski. Totti, 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 Totti. Totti, let's go, Messi. Messi. Ja. Ich habe es doch gesagt, die Raketen kommen. Messi, Totti ist in der Haus. Come on. Was ist hier los? Bitte. Ja, Totti. Bitte. Portugal, Portugal, Portugal. Ja. Oh mein Gott. Mit Ansage. Mit Ansage umgezogen. Oh mein Gott. 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 Ey, das ist doch tot, das ist doch tot, oder nicht. Frankreich. ZDM. Oh. Wo ich habe, ich glaube, ich habe Kante Totti gezogen. Ich glaube, ich habe Kante Totti gezogen. Ich mache raus, Kepäck, Mika. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh. 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 Nein. Hey. Hey. Gabriel ist vorbei. Uuuuuh. Warum bist du denn da? Totti. Sieht ein Messi-99er in Rot. Acht Wochen vor FIFA 21. Perfekt, Digga. Egal, wer kommt, es gibt keine Reaction, weil es erstens eine Nacht. Und zweitens, ja, ja, das ist ganz gut. Zumindest SBC-Futter. Er ist ein Spielerhandel. Ich habe nicht mehr. Nein. Nee, war Totti. Oh mein Gott. Digga. Das kannst du keinem erzählen. Nee, war Totti. Das ist nicht mehr Kölf oder Hullit sein Kölf Moments Kölf Moments Kölf Prime oder Moments Oh mein Gott, Gölnit Oh mein Gott Oh mein Gott Wer wär besser, wer wär besser Gölnit wär besser Ne, Kölf wär besser Ne, Kölf wär besser Z-M-M-S-M-S Oh mein Gott Oh mein, Leif ist wieder Leif ist wieder Oh mein Gott Er ist Leif Geh mal vor allem Vielleicht hast du einmal Kölf Leif Leif ist wieder dahinter Leif ist immer sehr lange zu sein Das muss Kölf sein Mach mal nicht, mach mal nicht Du bist gerade ein Leif Rebellen, du musst mal aufmachen Hast du Kölf schon gemacht? Ja Nein, der Leifspiel kann heute Leifspiel immer als erstes reinkommen Mach Mach Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Frankreich Stürmer Ori oder Tresse G Ori Ja Alter Schwede Oh yeah Okay Okay, wir öffnen das Päck Und 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 Jawohl Ja 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 Marie Ich hab ein Eidner Yes, das ist noch was Ich flipp aus Ich hab ein Eidner Ich hab ein Eidner Ich hab ein Eidner Neunziger, dann könnt ihr noch was Eidner sagen Dann machen wir Kölf oder Eidner Alter Oh mein Gott Warum wird er nicht angezeigt? Warum wird er nicht angezeigt? Warum wird er nicht angezeigt? Ach du Scheiße Warum wird er nicht angezeigt? Warum wird er nicht angezeigt? Peck geht auf Mit spannender Musik Mit spannender Musik Totti Das ist ein Team of the Year Let's go Frankreich 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 Komm an Katti Let's go Alter Katti Totti gezogen Let's go Oh fuck Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Es tut mir so leid Ihr habt es nicht gesehen Oh nein 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 Ich bin so ein Vollidiot Oh mein Gott Nein Oh 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 Totti Oh 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 Totti 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 Polen Lewandowski Amunakom Agugu Who let the dogs out Agugu 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 Dö 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 Oh Totti Oh mein Gott Der kann nur gut sein Ramos 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 Ja Ramos Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Es ist ein Totti Damit können wir leben Es geht Richtung Frankreich Könnt ihr eventuell unter Umständen Ja 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 Das ist ein Totti Totti Junge Was ist los Was Was